So, ich mache weiter mit Singularity. Und zwar sind wir unterwegs an Docks und müssen den Zug finden. Ja, und da, da, da. Ja, und da, da, da. Take the gun. You should come in handy. Hmm. You should grab that gun. You're going to need it. Hmm. So. Ich nehme die mit, weil es könnte sein, dass... ... ein gröberer Kampf kommt. Ich muss sie aufmachen, ob ich es richtig sehe. Ich schaue zuerst hinten. Jawohl. Okay, Boost. Hier. Boosten wir die hoch da? Ja. So lange kann es nicht her sein, dass jemand hier war. Soldaten hier rumlaufen, oder? Hier ist ein Kontrollpattel. Ich will sehen, ob es funktioniert. Das ist so lange her, als sie das letzte Mal hier ist. Ich muss die Tür von der anderen Seite blockieren. Do you think you can open it? Ähm. Ja. Ja. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich kann hier aufmachen. Oh. Okay, wir werden mal heftig gute Upgrades machen können. Ich denke schon. Das ist jetzt hier nicht mehr. Ja. Ich habe hier gerufen. Tech-Upgrade wäre auch cool. Das ist gar nicht. Das machen wir sicher auch. Ich denke schon. Ich denke, du kannst es herausfinden. Den Moramo ist auch nicht wirklich wichtig. Hier. Weapon Upgrade. Bei der scheisse Weapon Upgrade. Ich nehme das mal. Das gibt einfach nur ein Upgrade. So. So. Dann nehme ich hier zwei, dass ich mehr Medipacks mitnehmen kann. Das ist wieder alles weg. Vielleicht hätte ich das Upgrade nicht so lange kaufen. Gescheidere, äh, in andere Sachen investiert. Ich befürchte es fast. Wir sind wieder hier. Mal oben. Ich habe keine Frage, ob ich Give-It aufnehmen können. Ich habe keinen Plan, was als nächstes passiert. Ich würde jetzt das Scharfschützengewehr nehmen, aber... Da liegt viel Muni für das. Ähm, ja. Was ist genau angesagt hier? Wie ist es doch da rein? Das überlebe ich immer nicht, wenn ich da rauskomme, oder? Ich habe jetzt das Gefühl... Irgendwo... ...einen Eingang. Hm. Die ist auch nicht... Ich muss ihre Arme aufziehen, aber das kann ich auch so nicht... Ah! So, machen wir von alleine auf Scharfschütze. Oh, das ist eigentlich noch... ...heftig... ...heftig einsteckt. Bein wegschiesse... Äh, ich schiesse voll. Äh, gebe ich nicht, im Fall. Der Kopf bringt schon mal gar nichts, ähm. ...eine Eingang. Doch. Geiler. Der noch. Jetzt ist meine Waffe weg. Scheisse. Ah. Shit. Das wäre eigentlich nicht so gedacht gewesen. Ja, klar. Ja, klar. Ich muss nicht mehr. Es ist doof, dass dir die Waffe nach einer Zeit weggerutscht. Shit. Und wenn man die doof in Railgun, jetzt kommt es schon wieder eine. Neben. Eine hè Mit dem muni mit ihm. Das ist super geil im Fall. Braille Gun möchte ich eigentlich nicht verbrauchen für ihn. Ah, gar nicht. Merci, dass du das gemacht hast. Wir brauchen wieder eine Waffenanständige. Yes, Samo. Können wir das schon mal reinholen mit dieser 300 Schuss. Das sieht schon besser aus. Don't trust her. Oops. Wer hat das geschrieben für mich? Ich vertraue dir nicht. Da ist keine Muni mehr drin. Ich habe keine Muni mehr drin. Nein, ich habe keine Muni mehr drin. Ich habe keine Muni mehr drin. Ich habe keine Muni mehr drin. Ich vertraue ihr nicht. Kommt ich hier auf mich zu? Ja. Super! Geht nicht! Ehm Moment! Komm, mach! Mach her! Der wäre auch schon da gewesen. Yeah, noch mehr Muni. Das gefällt mir. Das ist ja 400 Schuss. Gut, gut. Mal schauen, ob noch ein Scooty versteckt ist. Renko! Renko! Wow, die Hauen wir hinein. Zum Glück kann ich mehr Medipacks aufnehmen. Leider habe ich das mit dem Ding falsch gemacht. Mit dem Waffe-Upgrade. Das hätte ja nicht solle kaufen. Ich hätte das gescheitere Gesund hergesteckt. Komm! Da oben. Das Stimmpack. Nichts. Doch, darf ich. Jetzt nichts. Top 7 kann ich aufnehmen, oder? Ha! Oh, mal. 7 Health Packs, geil. Eine stärkere Gesundheit wäre sicher cool gewesen. Fähigkeit, mehr Energie aufzunehmen, da für mich. Spezialfähigkeit wäre sicher auch nicht schlecht gewesen. Frage, ob ich so oft Valkyrie wechsle. Was müssen wir machen, dass wir wechseln auf die Valkyrie. Ein wenig weitere Schussraten. Oh, drehen wir doch noch. Autocannon, auch mal voll. Okay. Und da hast du... Ah! Die ganze Seite mit gerechnet, dass sie unten kommen. Du hast irgendein Problem, da. Deine Beine. Bist irgendwie länger als normal, oder? Etwas stimmt da nicht. Ich trauere nicht. Und dann... Die Locktys hier einfallen nach der Rang. Ja, hast du gemeint, oder? Ich zeige dir... Ich zeige dir... Ich zeige dir... Ich zeige dir... Ui! Wo ist die Kräte da aus? Begrült! Ich zeige dir... Ich zeige dir... Oh! Das hat die Glocke gewirkt. Hey! Oh! Etwas zum Aufladen da. Zum Flicken nicht. Aber ich nehme viel mehr Schaden, im Fall. Hier ist auch voll. Ja, das ist die Autocannon. Trailer gegangen. Sniper brauche ich nicht. Was ist das Problem? Was soll ich da nicht trauen? Was ist da das Problem? Es glitscht mit Luft über den Stuhl da. Stuhl glitschen, die viel in die Luft. Was ist das Schöner bei dieser Version? Spritzt wenigstens anständig Blut. Und wieder die ganzen Schrott-Spezialisten. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann den nicht... Ich kann den nicht picken. Wo das kann ich? Wofür kann ich? Bassig! Ach! Ah neeeeein... Ich dachte, ich muss gegen diesen Kampf... Jetzt war die ganze Zeit kein Problem... Wie viel... Help me! Help me! Okay, dann wollen wir halt mal... etwas... Druck machen... Help me! Wird das lustig mit dem hier, wenn ich ihn nicht picken kann... Stopp! Let's go! Gehe ich einfach in den Lift... Ich sage Tschüss... Die meisten sterben wahrscheinlich eh gerade... Falls es nicht reicht, darf ich hier wieder anfangen... Kein Stress... Ich werde mich da nicht verarschen lassen... Ich werde mich da nicht verarschen lassen... Great fight... Scheisse... 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 Einfach von hinten... Er ist ein... Schnell... Anfälliger... Schiff... Das ist dann auch schon der Nächste. Shit, das ist eine eklige Stelle. Boah, schade kann ich die nicht. Vielleicht hätte ich das so einen Upgrade. Ehm, fake. Ehm, diesen Schuss da. Das sollte ja auch sein. Dass ich mit diesem Schuss arbeiten muss. Äh, jetzt verdrücken wir noch hundertmal. Ja. Das suche ich gar nicht. Jetzt der Stimpack. Ich komme. Äh. Ich hoffe der ist hinüber. Wollen wir Stimpack? Okay. Was full. Kann ich nicht nachherlaut? Okay. Das ist sicher. Das ist wiederum umso schwierig. Der Stimpack. Der Stimpack. Ich könnte das sogar brauchen. Ich habe nicht volle Energie. Was soll das? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Warum kann ich den Stimpack nicht aufnehmen? Nein. Jetzt habe ich es halt verloren wieder. Es hat zu lange gebraucht. Es hat mich jetzt gerade gestresst. Ich habe das unbedingt gebraucht. Ich habe im Moment gar nicht gebraucht. So, das mal machen wir es so. Komm du, komm. Komm. Komm Brudi, komm. Aber der ist schon tot. Ich bin nicht sicher. Und dann kommt der. Ich bin nicht sicher. Der hier oben könnte ja mit der AG gehen. Ich nutze den verdammten Scheiss einfach. Ich nutze den verdammten Scheiss. Man muss schneller gehen, komm 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 Jetzt? Ich weiss ja nicht wie der Lost ist Don't trust the girl Die lockt es in einen Fall im Fall Die lockt es in einen Fall auf 100 Ich werde nicht so vertrauen, oder? Ja, wir haben einen Equipment Plan Gain energy for each kill, das ist auch geil Das ist auch ganz geil Komm komm komm, mach mach Ein Maximum, gut Die passen sicher irgendwelche Zeugen So hinterher ist Stress Donut Noch einer ist noch einer Du bist hier nur in Zeit Untie mich schnell Untie mich, Renko Dann können wir gehen Dann gehen wir zu den Docks Und finden die Bombe Don't trust the girl Hero upgrades Decrease melee damage Damage reduzieren Damage reduzieren Ähm Slots, das wäre Die Energie Slots, glaube ich Erhöhe, oder? Das wäre cool Das wäre cool Mehr von dieser Energie Mehr maximal Energie Ich will es abschliessen Das was überschliessen Da drin Kräte abschliessen Der Kettigangsweg kann nur sehen, der Knopf kann nur sehen drücken. Das war ein Grafikfehler, das sieht aus, als würde irgendetwas durchschleifen. Das habe ich nicht mehr so gebraucht, ist ein Zoo der Wahnsinn. Seeker, soll ich diese mal aufnehmen? Die ist noch so gut. Dicker genommen. Ah, jetzt habe ich gerade gesehen, mit RT-LT-Tasten könnte man diese noch speziell ansteuern. Ich hoffe, sind wir jetzt bei diesem Zug. Was ist mir jetzt passiert? Gut. Halt den Waffen für mein Werk. Ja, gut. Halt den Waffen für mein Werk. Ah, nein. Oh, nein. Oh. 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 Scheisse. Da kannst du verdammt geil ansteuern. Der hat zum Beispiel umgeklappt, um die Schildung. Oben durchs Glas. Nein! Nicht so... ...speziell... ...wichtig wollen schiessen. Ah, dort ist auch noch einer. Es sind nur mehr von denen. Fagetenschützen. Jetzt ist meine Waffe wieder weg. Ich frage, ob ich mit dieser Waffe weiter soll, ist kein Sturmgewehr bleiben liegen. Doch. Darum kann ich nicht wechseln auf die Valkyrie. Das ist der Mies. Sie lassen mich nicht auf die Valkyrie wechseln. Der hat nicht... Oh, dann habe ich nicht abgesucht hier ringsum. Ob das irgendetwas wäre gewesen. Oh. Was kann ich jetzt? Das ist der Mies. Das ist der Mies. Oh! Ja... ...eure übertrieben. Nicht vorne drauf. Wahrscheinlich nicht so. Okay, perfekter Spot für... ...eine Braille.